So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wie gestern angekündigt, möchte ich heute eine weitere Verlosung, bzw. ein weiteres Gewinnspiel starten, was wir dann am Montag wieder auflösen werden. Erstmal, oh jetzt ist es ja schon da, ich würde sagen erstmal muss ich das Maskottchen einblenden. Da ist nämlich keins, da ist eins, da ist keins, da ist eins und das ist noch das gierige Tina. So, das lasst euch davon mal nicht ablenken. Wir haben vor einer Woche am Dienstag ein Gewinnspiel gemacht, da war ein Zuschauerwunsch, ich sollte alle meine kostümierten Pokémon mal zeigen. Dann habe ich gesehen, achso, ich habe doch noch ein Rüstungs-Mewtwo übrig. Oh, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe mein 100%iges Rüstungs-Mewtwo und ich habe eins übrig. Das wollte ich dann verlosen, im Zusammenhang mit diesem kostümierten Video. Eine Woche lief das, gestern Abend, Montag, 20 Uhr, chill mit Ramses, lief die Verlosung. Ab 21 Uhr, wie angekündigt, es war sehr spannend. Wir mussten etliche Leute ziehen, bis der richtige Gewinner dabei war, weil manche wirklich wieder nicht zugehört haben, nicht richtig gemacht haben, was man machen muss. Wie ich gerade merke, habe ich auch noch gar nicht mir ausgedacht, was man heute machen muss. Muss ich also gleich spontan entscheiden. Ein, was mich jetzt aber noch ärgert, ist, ich habe jetzt eben meinen Feldforschungsdurchbruch abgeholt. Ich habe gedacht, naja, komm, hol fix ab und danach nimmst du dein Video noch auf. Hätte ich es lieber mal im Video jetzt live abgeholt. Denn beim letzten Mal habe ich den abgeholt, da war ein Relaxo drin. Ich habe es bewertet und es war ein 100% Relaxo und ich habe es dann verschickt. Das war richtig genial. Jetzt eben habe ich den Feldforschungsdurchbruch abgeholt. Ich kannte die WP nicht. Da steht 418 WP. Das ist ein Tarnel. Ich habe gedacht, aus Spaß, ich bewerte es mal. Und es ist ein 100% Tarnel aus dem Feldforschungsdurchbruch. Meiningen, Thüringen, 20.06. gerade eben frisch gefangen aus dem Feldforschungsdurchbruch. Ich würde nicht so jetzt damit rumflexen, wenn das nicht so wäre. Wenn das anders entstanden wäre oder woanders her, dann wäre das ja komplett egal. Aber solche Sachen, die trotzdem komplett random und Zufall sind, finde ich trotzdem immer noch genial. Möchte die trotzdem zeigen und drüber reden. Ich habe mich gefreut, als ich das gesehen habe. Aber so sehr freue ich mich nun auch nicht. Deswegen werde ich das jetzt einfach hier verschicken. Moment. Weil das hat mir zu niedrige WP. Ich bin es gewohnt, dass die dann bessere Level haben. Und deswegen tun wir das mal weg. Aber ich habe mich gefreut, als ich es gerade gesehen habe. Jetzt gehen wir mal hier drauf und suchen mal Mewtwo. So, ich habe noch gar nicht zu Ende geredet. Das ist alles durcheinander heute. Weil das gestern so spannend war und so erfolgreich war, dieses Rüstungs-Mewtwo zu verlosen. Und ich gesehen habe, dass ich bei einem anderen Account auch noch 10 Stück rumfliegen habe, mit denen ich ja nichts mache. Und die Leute Bock drauf hatten, habe ich mir überlegt, heute eben nochmal 5 zum Gewinnen rauszuschicken. Also 5 Leute können nochmal Rüstungs-Mewtwo gewinnen. Die sind auch alle alt von 2019 oder irgendwas. Wenn ihr hier mitmacht, sage ich euch aber gleich, was ihr machen müsst. Also nicht nur eins gestern. Die anderen waren traurig, haben ja gesagt. Mach mal heute noch ein Gewinnspiel-Video. Gleichzeitig möchte ich aber mal, was ich die ganze Zeit schon nicht gemacht habe, hier was maxen. Und zwar gehen wir mal auf die Mewtos, die wir in letzter Zeit so gekriegt haben. Es war ja Mewtwo in den Raids. Und alle wissen, wir haben ein eigentlich recht gutes Shiny-Crypto-Mewtwo bekommen. Müsste jetzt hier unten irgendwo kommen, oder? Wo ist es denn? Jetzt bin ich wahrscheinlich schon vorbei. Ach, Leute, 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 23,67. Ich habe das gerade... Na, was habe ich das denn geordnet? Ich habe das doch geordnet nach Dings. Ich gebe jetzt einfach Mewtwo in Schilland ein. Und guck, nach WP sortiert. Hier 23,64 genau. Das ist das Beste aus dem Dortmunder Raid-Bus, was rausgesprungen ist an Shiny-Crypto-Mewtwo. Das können wir kurz mal hier bewerten. Das hat 15 Angriff, 3 Sterne. Und weil es so viel Spaß gemacht hat und mir ist ja darum ging, einen Shiny zu kriegen, ich jetzt sogar einen 3-Sterne-Shiny habe, will ich das fix jetzt mal hier pushen auf Level 50 mit 4.677. Bald kann man auch Frustration verlernen. Das ist dann noch besser. Und jetzt machen wir hier noch den Level 50-Tag dran, dass wir wissen, dass das auf 50 ist. Das also auch noch kurz nebenbei abgefrühstückt. So, wenn ich jetzt wieder hier hingehe, nach Nummer sortiere, das Schillernde rausnehmen, zeigt es mir ja nur Mewtwo an. Diese Suche ist auch wirklich der letzte Rotz. Jetzt gehen wir ein bisschen runter, sehen hier das 100% Rüstungs-Mewtwo, was ich mal aus einem Rage bekommen habe. Das war auch 2019 im Juli. Das ist auch gemaxed natürlich. Und wir wollen jetzt also noch 5 Rüstungs-Mewtwo verlosen an die Community. Um die zu kriegen, müsst ihr hier mitmachen, bei diesem Video, einen Kommentar schreiben. Alle, die hier einen Kommentar schreiben, werden berücksichtigt. Und am Montag, in einer Woche, am Montag, 20 Uhr bei Chill mit Ramses im Livestream geht das los. 21 Uhr gezogen. Hä, was? Der Stream startet 20 Uhr und die Verlosung ist 21 Uhr. Wer schon mal ein Gewinnspiel mitgemacht hat, weiß das ja. Also einen Kommentar hier drunter schreiben. Dann habt ihr eine Woche Zeit mitzumachen. Und dann gibt es 20 Uhr Chill mit Ramses. Und pünktlich 21 Uhr versuchen wir immer die Verlosung zu machen, dass ihr genau wisst, wann muss ich da sein, wann kann ich meinen Gewinn abholen. Und es ist mir wichtig immer, dass die Leute da sind, damit nicht irgendwelche anderen kommen und geben sich als die aus, wenn die das mitkriegen und schreiben einen an. Deswegen haben wir das immer so gehandhabt. So. Was müsst ihr jetzt tun, um mitzumachen? Macht einen Kommentar unter dieses Video. Schreibt natürlich euren In-Game-Namen wieder in diesen Kommentar rein. Macht wieder ein Hashtag Rüstungs-Mewtwo. Bitte das R bei Rüstung groß, das M bei Mewtwo groß. Das ist der ganze Hashtag. Achtet auf die richtige Schreibweise, dass das zusammengeschrieben ist. Das R und das M groß. Das möchte ich bitte so haben. Euren In-Game-Namen, der ist ganz wichtig, damit wir euch auch zuordnen können. Und ja. Ansonsten. Welches hundertprozentige Pokémon habe ich zuletzt gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare, mir dazu in den Infotext. Mal gucken ganz spontan. Und dann werden alle Leute, die die richtigen Antworten haben, berücksichtigt am Montag, wenn wir fünf Gewinner ziehen, fünf Leute rauspicken. Ihr müsst da sein, 21 Uhr, wenn ihr gezogen werdet. Die Ziehung dauert ja nicht so lange. Also wenn ihr da keine Zeit habt, macht gar nicht mit. Und wenn ihr mitmacht, dann seid bitte auch da. Ich habe es immer wieder, dass Leute sich anmelden, da reinschreiben. Und du hörst nie wieder was von denen. Es ist nicht mal so, dass sie drei Tage später nach der Auslosung kommen und sagen, hey, wer hat eigentlich gewonnen? Oder die vergessen das wahrscheinlich immer komplett, dass es mal ein Gewinnspiel gab oder gibt, wo sie mitgemacht haben. Und man verliert den Überblick. Vielleicht machen die auch einfach überall mit. So. Also die drei Angaben brauche ich von euch. In-Game-Name, den Hashtag und natürlich die Frage beantwortet, was war das letzte hundertprozentige Pokémon, was ich gefangen habe, hier auf meinem Account. Am besten wäre es natürlich in der Reihenfolge, dass ihr einfach euren Namen schreibt, die Antwort und dann den Hashtag unten drunter, aber macht halt, wie ihr wollt. Die Reihenfolge ist diesmal komplett egal. Ansonsten haben einige Leute ja den Verdacht, dass Rüstungs-Mewtwo vielleicht trotzdem nochmal rückkommen könnte, um auch als Shiny eingeführt zu werden. Weil ja eben das Krypto-Mewtwo auch als Shiny eingeführt wurde. Könnte Rüstungs-Mewtwo auch als Shiny eingeführt werden. Das würde natürlich nach Yannick nochmal viel Umsatz bescheren, weil viele Leute Bock auf dieses Pokémon haben. Was denkt ihr? Kommt das nochmal in die Raids? Mit Shiny-Einführung? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Was stimmt?